Auf jeden Fall, je kleiner Altersunterschied ist, desto einfacher ist, eine Beziehung auf der gleichen Augenhöhe aufzubauen, aber wenn wir, wie bei ziemlich vielen Männern, wenn Altersunterschied ziemlich groß wird, also 10, 15, 20 Jahre, dann brauchen die Frauen noch mehr von dieser Anerkennung und von der Wärme und von Komplimenten und von diesen Zeichen, dass der Mann sie als Frau akzeptiert und begehrt, dann muss der Mann sich noch mehr anstrengen als bei den Frauen im gleichen Alter.